Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde aus Riding Tales. Und das erste was wir machen ist erstmal zu schauen, ob ein sinnvolles Pferd da ist zu fangen. Nee, haben wir heute nicht. Dann gucken wir mal, was unsere Pets... Oh, wir hatten heute wieder Jewel da, aber haben wir schon. Was wir heute für die... Oh, die ganzen Quests sind fertig. Dann gucken wir mal. Alle fertig. Ja, nice. Krass, weil da funktioniert nicht alles. So, letzte Quest. Und? Krass, heute hat echt jede einzelne Quest funktionieren, egal wie die Wahrscheinlichkeit war. Dann haben wir hier noch die fertig. Was konter Thunderstorm, das war das genau, okay. Dann packen wir noch Snow rein zum Level. Und das war's, okay. Ist klar, schauen wir mal uns an, wie es heute ausschaut vom... Oh, das Aufwerten ist nice. Oh, das Aufwerten ist nice. Ja, das wäre gar nicht so schlecht. Nein, krass. Ja, das sieht ganz klar nach Galaxy aus. Ähm, ja... Die Frage... Was, welchen, welchen Rang wir machen? Okay, wie schaut's hier aus? Zwei Minuten zehn. Ja, okay, ich würde sagen, wir testen wirklich alle mal durch. Und dann sehen wir ja, wo wir am nächsten dran sind. Hier ist es zwei Minuten zehn. Das Schild bringt uns schon auf jeden Fall was. Zwei Minuten zehn. Ich kann nicht mal sagen, wie gut das ist. Wow. Oh nein! Oh mein Gott! Oh nein! Verdammt! Das war jetzt ärgerlich, da bin ich leider ein bisschen zu weit... Ein bisschen zu weit das Guten rausgekommen. Aber ich bin ein bisschen zu viel von dem, ähm... von dem Bärchen... von dem Bärchen... von den kleinen, leichten Glitches. Oh Gott. Ich bin direkt bei... Spure Nummer zehn und das Schild verloren. Gerade komme ich auf jeden Fall vorwärts. Ich werde immer langsamer. Was ist denn das? Oh nein, was ist das? Es läuft nicht mehr. Es bleibt stehen. Hä? Mann. Spiel. Uff. Uff. Oh Mann. Hier hat Galaxy gar keine. Ja, wir können leider nur mit zwei Pferden racen. Mit Galaxy oder mit North. Im Silver Cup geht das gar nicht. Da habe ich gerade im Gold Cup. Im Gold haben wir noch zwei. Oh nee, das war jetzt gerade richtig ärgerlich. Warum auch immer. Habe ich zwar, habe ich zwar, oh nein, hier auch. Habe ich zwar nichts an dem Hindernis verloren. Aber ich habe mir danach überhaupt nicht mehr auf Geschwindigkeit gekommen. Das hatte ich schon mal. Jetzt hier auch wieder gerade. Jetzt hier auch wieder gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. das ist ja ein super übler Cup, ey. Das ist ja ein super übler Cup, ey. Oh. Oh. Oh was. Krass. Position zwei gerade. Heftig. Mal schauen, wie gut das denn wirklich im Endeffekt ist. So. Jetzt aber mal Diamond Cup hier, ey. Schlimm ist das. Dann sehen wir nämlich auch mal, was die Zeit zu bedeuten hat, weil... hier war es jetzt gar nicht so schlecht, weil es hat uns viel Zeit gekostet, das stehen bleiben. 75. Ich will nicht zu viel. Oh Gott. Nein. Das war aber gut wiederum, der Sprung. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen, ob ich den hin... Das gibt es doch nicht. Wieso? Wieso bin ich heute so unfähig? Ah. Mann. Der Diamond Cup ist nicht schwer. Äh, was? Moment. Das ist ein ganz anderer Cup. Spannende. Was? Was? Ja, ich hab's nicht gesehen. ärgerlich. Ja, also den Diamond Cup machen wir auf jeden Fall morgen nochmal. Der war nicht besonders schwer, aber ich hatte halt immer dieses leichte Ruckeln, was man teilweise hat in irgendwelchen Kurven. Das hatte ich halt komplett auch dieses Mal bei manchen von den Kurven. Also den kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich möchte dieses Mal das Item haben, also das Set haben. Das Set ist wirklich nice. Da schwebt die Elena auf nichts. Okay. Oh Mann, ey. Ja, das war wirklich übel. Also shit. Das hätten wir wirklich schaffen können. Aber da habe ich jetzt richtig anspornen, dass wir das schaffen. Also wir sind aktuell auf dem zweiten. Aber das dürfen wir nicht halten können, weil es ist gerade erst noch die erste Zeit. Die erste Zeit da, aber ja, ich gebe alles. Wir können mal gucken, ob wir es dieses Mal schaffen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr auch momentan irgendwie da wieder dabei seid, wie ihr das Outfit findet und ob ihr euch schon irgendwie platziert habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye.